Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Im Internet zu finden auf klemmbaustein-lyrik.de und auch abrufbar über 1000steine.de. Mein Name ist Kaulius und ich habe Schnupfen und berichte vor allem normalerweise wöchentlich über Sets von Lego, die sich insbesondere zum Sammeln für Erwachsene eignen. Und da gehört, glaube ich mal, für viele nicht die Friends-Serie zu, die relativ neu ist. Sie richtet sich nämlich an Mädchen zwischen 5 und 12. Das, was wir hier gerade sehen. Nun dauert leider noch das Zusammenbauen des R2-D2 ein paar Tage und da dachte ich mir, frage ich meine alte Freundin Stefanie mal, ob sie mir nicht zumindest mit einem Kuchen für die Überbrückung helfen kann. Und wie man hier sieht, sie konnte mir helfen. Und zwar, indem sie sich einfach in das Set Nummer 3930 entsprechend hineingebeamt hat. Hier sehen wir schon Stefanie. Und wenn wir den Karton dann wegnehmen, um übrigens noch ihre Freundinnen, die sie gerne jetzt zu ihrer Gartenparty einlädt. Und was hat sie dafür? Natürlich einen Kuchen gebacken. Und wo backt sie den Kuchen? Im Garten. Ja, wo backen wir sonst einen Kuchen? Ich würde es in der Küche machen, aber Stefanie, die backt im Garten. Nun fragt man sich, wie der Drehstrom da hinkommt, aber da halten wir uns lieber nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Da sehen wir nämlich schon den Kuchen und da sehen wir Stefanie. Und was wir vor allem sehen ist, dass diese Lego Figur ganz anders ist als die typischen Lego Figuren, die ich ansonsten bisher hier an dieser Stelle vorgestellt habe. Schon mal ihr Haar deutlich weicher und auch der Kopf hat zum Beispiel so ein bisschen mehr. Unten zum Beispiel, das hat man normalerweise ja gar nicht, dieses Kinn, das passt so gar nicht. Und Oberteil und Unterteil sehen auch ganz anders aus. Ja, es sind ja auch Mädchen bzw. junge Frauen, die wir hier gerade haben. Und ja, da sieht man es also alles züchtig. Und immerhin, sie hat schöne große Augen. So, kann sich auch hinsetzen, wenn sie möchte. Und dann kann man unten in die Schuhe reingucken. Ja, das hier ist dann der entsprechende Sonnenstuhl bzw. der Sonnenschirm mit Stuhl dabei. Und das Schönste daran finde ich eigentlich, ist diese Milchpackung. Und dann gibt es noch ein Glas und wenn ich mal richtig sehe, schon mal so ein kleines Stück Gebäck, was dann dort ist. Ansonsten eben einen Sonnenschirm drauf, damit man ja auch draußen, wo man seinen Kuchen backt, natürlich das Ganze dann auch essen kann. Und was natürlich auch zu einem schönen Imbiss draußen gehört, ist, dass man auch draußen abwaschen kann. So beschreibt es nämlich auch Lego in seiner Setbeschreibung. Hol die frisch gebackenen Kuchen aus dem Ofen, hilf Stefanie beim Abwasch und decke den Gartentisch unter dem Sonnenschirm. Ja, wer möchte da nicht den Abwasch machen, wenn man hier so herzallerliebste mit solchen Riesenabwasch, was auch immer das ist, dann bekonfrontiert wird. So, aber hier haben wir natürlich dann ein Kernstück. Das ist nämlich der Ofen für draußen mit sogar einer Herdplatte drauf. Das ist nicht irgendwie Kontakt oder sowas, nein, ganz oldschool noch so richtige Platten. Und drin haben wir auch schon den Kuchen. Und so sieht er nämlich aus, ist er nicht lecker. Beziehungsweise es ist ein Kuchen, den wir jetzt gerade nochmal wieder in die Röhre reingeschoben haben. Es gibt natürlich noch einen zweiten. Da kommen wir ja gleich zu. Und das ist das, was ich meinen Zuschauern heute eben zur Überbrückung gerne präsentieren wollte. Nämlich diesen wunderschönen entsprechenden Kuchen. Ja, Torte. Also eine Torte auf dem Teller mit entsprechendem Zuckerkuss. Wahrscheinlich. Was auch immer. Es sieht aber auch auf jeden Fall aus, wie ein wunderschöner Kuchen. Nur auf dem Teller. Da will er nicht so richtig halten. Aber, Herrgott, er ist ja auch recht massiv gebaut. Was will man da auch anderes? Also selbst mit Gewalt. Aber er hält. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und man soll ihn ja dann auch auf den Herd stellen. So sieht es zumindest die Anleitung vor. Man sieht es oben links schon. Beziehungsweise man kann ihn natürlich an die Seite stellen. Oder, so sieht es auf der Packung zumindest aus, man stellt ihn einfach auf die Herdplatten. Aber bitte vorher ausmachen. Sonst könnte so ein Sahnekuchen auch mal zerfallen. Da sehen wir jetzt, Stefanie hat den Kuchen in der Hand. Also jetzt in diesem Fall den direkt aus dem Ofen. Und sie hat einen Lochenkorb. Ja, gut. Sag ich jetzt mal nix zu. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie was Typmäßiges reinstecken kann. Hat vielleicht auch den Sinn, man soll ja Frisuren und Modekombinationen bei dieser Friends Serie verwirklichen. Vielleicht gibt's da ja irgendwie so ein Haarreif oder sowas, was man da noch reinstecken kann. Hier sehen wir die Anleitung. Die ist natürlich bei 45 Legosteinen so schlank wie Stefanies Taille. So, gucken wir noch mal rein. Also da sind natürlich nicht viele Sachen, die man zusammenstecken kann. Da kann man fast drauf verzichten, wenn man sich das entsprechende Bild einfach anguckt, wie es denn fertig aussehen kann. Aber man sieht hier zum Beispiel, welche weiteren Friends der entsprechenden Sets es gibt. Da gibt's ja viele große, zum Beispiel. Also, und die richten sich, wie gesagt, vor allem natürlich an jüngere Mädchen. Auch hier hinten, diese Win-Werbung ist mal ein Mädchenbild, was dann dazu abgedruckt ist. Ich sag ja. Also, aber es soll schon durchaus auch Erwachsene geben, die dieses Sets sammeln. Haben ja auch irgendwie einen gewissen Süßigkeitsfaktor. Man sieht's hier alles ein bisschen ja auch in pink gehalten. Und da haben wir jetzt wieder Stefanie mit ihrem Kuchen. Da hinten die große Stefanie. Das sieht ja fast schon wie so ein kleines Monster dann dahinter aus. Nein. Aber, ähm, und oben, wie gesagt, ihre Freunde, die ja gleich kommen. Und deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ich hoffe, der Kuchen schmeckt. Ich wünsche noch einen schönen Spaß, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann und sehen uns hoffentlich in wenigen Tagen dann mit dem großen R2-D2 aus der Star-Wars-Serie wieder. So, und da ist auch noch mal der Pott. Viel Spaß und tschüss. Ich wünsche dir mal. Guten Appetit. kenn conven Ellie auch «Aоль Ww Www 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 Www